Von Abgeordneten seiner AK-Partei bekam der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch Beifall. International dürften seine Worte allerdings eine scharfe Debatte auslösen. Die Hamas ist keine terroristische Organisation. Die Hamas ist eine Befreiungsgruppe, die kämpft, um ihr Land und ihr Volk zu schützen, sagte Erdogan in Ankara. Die Hamas wird von etlichen Ländern als Terrororganisation eingestuft. Dass Erdogan sie in seiner Rede am Mittwoch als Befreiungsorganisation bezeichnete, stieß umgehend auf Kritik. Italiens Vizeministerpräsident Matteo Salvini von der weit rechts stehenden Lega nannte sie abscheulich und kündigte an, er werde Außenminister Antonio Tajani vorschlagen, den türkischen Botschafter einzubestellen. Die Türkei unterstützt die palästinensische Bevölkerung unter anderem mit Hilfslieferungen. Sie befürwortet eine Zwei-Staaten-Lösung und gewährt Hamas-Mitgliedern Unterschlupf. Die Regierung in Ankara hat sich auch als Vermittlerin angeboten. Erdogan forderte in seiner Rede auch eine umgehende Feuerpause zwischen der Hamas und dem israelischen Militär. Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen müssten sofort beendet werden, ebenso die Angriffe auf israelisches Gebiet, sagte der türkische Präsident. Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden nach Angaben der dortigen Behörden bislang mehr als 6.500 Menschen getötet. Die Hamas hatte beim Angriff auf Israel am 7. Oktober laut israelischen Angaben mehr als 1.400 Menschen getötet und über 220 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das israelische Militär veröffentlichte am Mittwoch Aufnahmen, die einen Einsatz gegen einen weiteren Angriffsversuch der Hamas zeigen sollen. Demnach hätten Kämpfer der Extremisten-Miliz am Dienstag versucht, über das Meer nach Israel einzudringen, so die Armee. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben zu Ort und Zeit des mutmaßlichen Angriffsversuchs nicht unabhängig überprüfen. Die Nachrichtenagentur Reuters